Ja, was macht Montera TV? Das ist eine gute Frage, was macht Montera? Wir produzieren hochwertige Videos. Imagefilme. Unternehmensvideo. Produktefilme. Bewegtbilder. In HD-Qualität. Natürlich lassen wir den Kunden mit seinem Video nicht allein. Das heißt, Montera TV sorgt dafür, dass der für den Kunden produzierte Film möglichst weite Verbreitung findet. Wir nehmen den Film und verteilen den auf alle relevanten Video- und Suchportale. YouTube, MyVideo, Social Media, Facebook. Bei Twitter. Und dadurch sorgen wir dafür, dass der Kunde im Internet gefunden wird. Warum Montera TV? Wir haben ein Produkt, wo wir dahinter stehen. Transparent im Preis. Wir machen keine Produkte von der Stange. Der Kunde kann selber wählen, was er alles von unserem Produkt kaufen möchte. Wir berücksichtigen den Umstand, dass eben jedes Unternehmen individuell ist. Unsere Kunden haben verstärkt nach Videos bei uns angefragt. Erst später haben wir Parallelen zur Webseite von vor zehn Jahren entdeckt. Damals dachte auch niemand, dass aus dem Trend ein Standard wird für Unternehmen. Das Video ist die neue Form der Mund-zu-Mund-Propaganda. Zusätzlich kann das Mobil genutzt werden und das macht es zum Leben der Zukunft.